Oh, es gibt Alex Schlazer als Neunster. Was? Cool. Warte, das muss ich mich erst mal anhören. Das ging ja Alex Schlazer. Ah, zur Sache. Das ist ein relativ neutraler Neunster. Ah, das klingt ziemlich cool. Rüstet euch für den bevorstehenden Konflikt, meine Krieger. Ja. Aber ETC ist immer noch der Beste. Ja, jetzt geht es über ETC. Oder Kate, du sagst mit dem geilen Reim. Ja, ich höre es. Schon klar. Bevor du geachtet hast. Der ist edgy. Ich gehe mit dem Merkwink, fühlen. Ich habe einen Schlimm. Der skin hat einen speziellen Mount und weiß wie der aussieht. Bis einfach in den Playlian Mawken. Bis einfach in dem Playlian Mawken. Genau der Fisur, die ich gerade anstehe. Es sieht so ultrawitzig aus. Ja, warum nicht? Es sieht so ultra witzig aus. Okay, das ist das. Ja, okay, okay, ja, die haben Damage. Ja, KT, Jano. Da haben sie keinen guten Hieb, okay, die haben Kerasi. Ich hab übrigens mal die Tierliste angeguckt, von dem Spiel. Hm? Ja. Komplexes Termin-Design gewinnt. Tierlist ganz oben sind A, zum Beispiel bei den Tanks, BTC, Muradin und der Haka. Ja? Sind vermutlich die drei besten Tanks. Knapp darunter ist Anubarak, Anubarak ist ungefähr genauso komplex. Nein, das sind gute Tanks halt. Hm. Bei den Assassins sind es Vala und Greymane. Das passt irgendwie, weil das in die Anzeigen zwei Assassin's League gut spielen kann. Li Ming noch, aber Li Ming ist halt so ein Hit-Or-Miss-Ding. Ich schliff halt auch innerhalb von zwei Sekunden. Dann haben sie da schieb Antwort so. Hallo? Seth? Okay, danke, Sport. Jetzt fühlt sich das an. Das ist doch so geil. frischfleisch wenn wir mit der Kaffee gehen sagt er immer so for the frozen throne ach echt, ich steh mich in die eine Enke, ich steh mich in die andere Enke na wo ist so na gut, dass niemand die Scheiße da unten einnimmt jubi ok wir haben den komischen Robotertypen was haben wir in den Busch what the fuck noch welch Outplay noch welch Outplay ey Minion, was soll denn der Scheiß noch bist du besser, aber später nicht mehr wenn ich deine ganzen Carries ins Zecke oder wenn ich lecks hab das ist doch eine kleine Fähigkeit bitte warum ist die so nervtürftig das ist vermutlich einfach so ein Laser, den er 3 Stunden lang aufladen muss deswegen geht er doch immer in den Busch der Spell sieht super geil aus ja gut genau das Laser, den er 3 Stunden lang aufladen muss und da ist der runtergegangen worauf warten wir? jetzt wird der Hammer geschwungen macht Platz verdammt ich lasse es, dass mein Stunt Skillshot ist Langsatz fange ich an ihn auch zu trainen mein Gott, schau mal jetzt Stunt gemisst aber eins muss ich sagen, hier fühlen sich die Tank Fats genauso an wie bei League of Legends ist der langweilig? ja 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 und ja ich bin eurer Der letzte Streiterein überdrüssig zollt ihr Tribut und erringt meine Gunst. Jetzt ist er schon mal geschmungen. Das ist schon besser. Cool Shit. Von euch hat keiner kommen. Ich hätte so etwas eingesammelt. Wenn die sich ein bisschen schneller bewegt hätten. Wenn du fließt, ist das Fucker. Das ist leider sicher. Das ist besser. Für die Braut aber. Aus dem Weg. Ich nehme den Hetzlichen. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Das ist schon besser. Der ist halt nicht so. Eine gute Wahl. Oh. Fine. Schade. Okay. Ja. Warum bewegt sich nicht? Leute. Ja. Ja. Woher fassen wir? Na, ein kleiner seltsam. Wie ist das denn? 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 Ich verfluche euch. Ah ja. Dann können wir schießen und die Minionsscherben runter. Ja. Also da. Dann geht es los. Woh. Also da. Hau. Gött. 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 Machen wir mal mehr. Gehen wir da nicht ran. Gehen wir in die Mitte auf den Kämpfe machen. Mir gefällt das sehr noch was machen. Mir gefällt unser Team nicht. Mein Fluch vergeht doch nur vorübergehend. Das bei der Map anders gemacht werden müsste, je mehr man gecursed hat, müsste man mehr Dinge einsammeln. Einfach immer einen mehr. Oder zwei. Bei der Map ist es halt so, dass du halt, du kriegst halt nichts für die ersten zwei. So musst du das verstehen. Ah, what? Ahja. Da kommt einer zwei von unten. Da dachte ich... Au. Geh weg. Fuck off Spiel. Da sind die Kamp. Ah, da sind die Kamps. Ah, da sind die Kamps. Ah, da sind die Kamps. Da sind die Kamps. Da sind die Kampfer vor. Da sind die Kamps. Das sind die Kamps. Oh. Ja, die Wahl. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Fluch sei aufgehoben bis wieder in Glück und Sterne krank. Was dann? Tut mir einfach gefallen, tut mir einfach gefallen und du guckst nicht den f***ing fangst. Bitte. Alles was die Ding machen will, ist nerven und alles was ihr macht, was ihr dabei helfen wollt. Dankeschön. So will ich das sehen. Jawohl. Und deshalb bin ich die Königin. Vielleicht können wir das dann endlich einnehmen. Leute. Ich komme so schnell wie ich kann. Ich nehm ihn einfach so lange. Und das sind jede Menge. Und das sind jede Menge. Ich bin so schnell wie ich bin. Und das sind die Leute. Und das sind die Leute. Und das sind die Leute. hier oben. Ich hoffe, dass wir irgendwas gemacht haben. Okay, ich bin echt nicht gut fürs Camps spielen. Ich bin echt nicht gut fürs Camps spielen. Aua. Okay, mach vielleicht jemand anderes das Camp. Ich komm schon, ich mach das Camp. Ich mach aber weder was, was mich heilt, noch was wirklich für epicent viel Damage mit Sells. Dann mach ich keinen Damage an den Camps. Es sind ja gerade zwei Level vorne. Not bad. Oh, guck mal, hier ist gleich das dritte. Nice. Und Devin hat gleich keine Chance, uns zu fighten. Wir sind gerade unten und haben den verdammt Boss schon wieder gemacht. Oh mein Gott. Ja, das ist egal, ob ihr den Boss gemacht habt. Okay, nehmt ihr einen Devin? Ich geh zum Boss. Das ist schön, wenn der Kreuz auch auf den Boss gehen würde, dass er bei One-Shot umfällt. Der ist ja zu P. Der ist ja zu P. Das ist ja gerade der Punkt. Der ist ja gerade der Punkt. Weil er, weil es allein schon zu P, dass es zwei Boss auf der Map gibt. Ja, das ist jetzt ungünstig. Ich hab' nicht zu spät gesehen. Ich hab' nicht zu spät gesehen. Ich hab' nicht zu spät. Danke. Ja. Nö, wobei, jetzt ist kein Boss, ne? Doch, der da. Bei uns auf unserer Seite. Ja, super. Ja, der halt sich halt an dir hoch, ne? Geht auseinander. Geht bitte auseinander. Geht auseinander. Ich hab' nicht. Fuck. Ich hab' fucking dem Sylvanas. Ja. Oh, jetzt hat die alles. Aber, ich bin jetzt von uns. Hat die gerade innerhalb von einer halben Sekunde. Okay, what? Sentai, anyone herein? I'm trying. Ah, ich sehe keine Warnung mehr. War das gerade ein Bowling-Crew geräusch? Ja. Was ist denn das? Zwei Bosse sind einfach so okay hier auf einer Map. 19. Ich sehe einfach, wie sie versucht, da wegzuford. Du springst ja einfach so. Irgendwann ist auch so, okay, geht da weg. Jetzt haben die Gegner gerade keinen Fang, ne? Das ist halt auch okay. Ich bin in den nächsten... Der nächste Boss oder der Boss auf der Seite ist in einer Minute ab. Also das wäre schon, wenn wir den mal machen könnten. Was sagst du so? Und Tribute oder fuck? Ja, Tribute ist ehrlich gesagt gerade relativ egal, weißt du das? Das ist nicht so wichtig. Mach die Kampf. Mach die Kamp. Mach die Kamp. Mach die Kamp in der Zeit. Ich mach die Kamp, was wir machen können. Ja, okay! hey bitte was kattet aaaau gut job geht ne ich hab gerade verkackt so so diesen Tod vielleicht hab ich das Camp getötet ich komm runter zum Teil ne was kommt doch irgendjemand da oben das ist kein Kapp na holg mir what the fuck was machst du da ich hab hier nur das Ding ein ich hab hier nur das Ding ein nop ok ich geh mal die Minutes am nächsten Glück machen die kommen gleich oder die umbringen weißt du wenn wir die jetzt halt töten ja 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 deswegen die greift mich gerade an das ist ganz besinnung praktisch nice das wollte ich das wollte ich machen wir den Boss bevor die Gegner den noch machen ich verteidige so lange ich verteidige so lange die wollen den Boss machen dann ich bin euer locherlichen ich bin euer lieber durch dich so was können wir jetzt vergessen boh ha 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 90% äh MrMensch weißt du das das erste Match ist? bei dem ich das Gefühl hab es geht hin und her tut es auch gerade weiss ich meine wir gehen einfach auf den Boss wir werden übrigens eingepusht wie können wir machen jetzt den Top End Boss Ok Ok Na hola, dann gibt's den Boss, dann sollen die sich damit voll schlagen Nehm, dann geht's Ja, der wenn davon so ist, sollte sich nichts von dem A-E-Angriff treffen lassen Holy moly Du bist einfach fast der Boss verreckt Komm bitte einfach her Ja, ich bin auf dem Weg Ich glaub nicht, ob ich den Gegner mit der Uli töten kann Wie effektiv jetzt ist Da wollte er mich bitte schlappen What, da wollen wir nicht rein? Ne, nie wieder Ja Ja, die haben den Boss schon wieder gemacht Was mit dem Boss unten? Scheiß nur erstmal Ok, KT OT raus Ja, aber der Boss wird glaub ich jetzt einpushen Ja Deswegen gehen wir auch weg, sobald die Packer hier fertig ist Ja, genau jetzt Easy Ich geh back Ding dann ein Ich geh back Ding dann ein Ich geh back Ding dann ein Oh mein Das Schicksal Hallo Tschüssi Tschüssi So, jetzt können wir uns um den Boss kümmern Versuch bitte nicht sterben Einfach nicht sterben, ok? Aua Was was grad passiert ist Die Super Minions haben mich grad einfach gefokust Wirklich? Wirklich jetzt? Ja 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 ich weiß das Team jetzt auch nicht gut Ja 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 Das Team ist auch nicht gut Ich hab ja auch bestimmt eine Karte bekommen für Existenz Ja Ich hab ja auch bestimmt eine Karte bekommen für Existenz Ich habe keine Ahnung was für eine Ulti die hatte, ich habe sicher auch keine Ahnung. Wenn ich das vom Spiel wüsste, dann würde ich es dir sagen, vielleicht. Die eine Ulti von Sylvanus ist halt, dass du den Gegner steuern kannst, für eine kurze Zeit. Ja, eine kannst du den Gegner steuern und bei der anderen kannst du zum Breezing Pfeil abfeuern, der fliegt bestückt und dann explodierst du alle Leute im Bereich. Ich klinge ein bisschen ab hier.